Freiheit statt Angst. Unter diesem Motto demonstrieren zur Stunde in Berlin mehrere tausend Menschen. Ihr Protest richtet sich gegen staatliche Überwachung des Internets. Angesichts des Ausmaßes der NSA-Ausspähung fordern die Teilnehmer auf dem Alexanderplatz mehr Schutz von Bürgerdaten. Zu der Kundgebung haben unter anderem Bürgerrechtler, Netzaktivisten, Gewerkschaften, Piraten, Grüne und Die Linke aufgerufen.